und ich hatte das dann und die aussage von viktor war ich auch ich glaube ich habe das schon so was geben so kuppe ja gut und gerne drei jahre ist es jetzt her dass mir der fritz diese ganzen kopien damit gegeben hat und ich weiß nicht warum aber erst durch den steam der momentan in holland lebt hat mich mal darauf aufmerksam gemacht und hat mich mal gefragt was denn da so eigentlich drin steht ja und dann habe ich mir mal durch gelesen ja das will ich euch jetzt nicht vorenthalten wir fangen von den sachen an mit diesen acht seiten vortrag über das wasser luftfuhrwerk ja 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 ja